Guten Morgen aus Darmstadt an diesen 23. August. Vier Personen werden bei einem Fettbrand in Kranichstein verletzt, Seeheim Jugendheim liegt bei Grundsteuer an der Spitze und macht Werbung für Süßigkeiten unsere Kinder dick. Das und mehr gibt es bei uns im Podcast. Brennendes Fett hat in Darmstadt-Kranichstein mutmaßlich für einen Notfall gesorgt. Der Feuerwehr wurde am späten Dienstagabend ein Küchenbrand im sechsten Stock eines Wohnhochhauses gemeldet. Das Feuer konnte nach Angaben der Polizei schnell gelöscht werden. Die vier Familienmitglieder, die die Wohnung beim Antreffen der Einsatzkräfte bereits verlassen hatten, wurden leicht verletzt, weil sie Rauchgas eingeatmet hatten. Sie wurden vor Ort ärztlich versorgt. Nach vorläufigen Erkenntnissen geriet in der Küche beim Kochen Fett in Brand. Das betroffene sechste Stockwerk war beim Eintreffen der Polizei bereits geräumt, die anderen der insgesamt rund 180 Bewohner des Hauses konnten in ihren Wohnungen bleiben. Für sie bestand laut Polizei keine Gefahr. Die Wohnung kann aktuell noch nicht betreten werden. Die Bewohner kommen bei Verwandten und Bekannten unter. Darmstadt-Kitas stehen vor einem Problem, ein akuter Mangel an Erzieherinnen und Fachkräften. Sozialdezernentin Barbara Akdenis, Grüne, betont, dass dies nicht nur ein lokales, sondern ein bundesweites Problem darstellt. Trotz Bemühungen, neue Kitas zu bauen und damit Kapazitäten für die Kinderbetreuung zu schaffen, bleibt die Personalsituation prekär. Bei den U3-Plätzen fehlt es besonders, nur 2.125 Plätze für 4.534 Kinder. Bei den U3-Plätzen gibt es dagegen einen Überschuss an Plätzen, jedoch kann nicht jeder aufgrund von Personalmangel genutzt werden. Michael Müller-Mösch-Eid vom Evangelischen Dekanat Darmstadt-Stadt stellt klar, gute Arbeitsbedingungen sind entscheidend. Stress und physische Belastungen in Kitas könnten dazu führen, dass Personal abspringt. Geld ist laut Akdenis nicht das Hauptproblem, denn die Bezahlung in Darmstadt ist attraktiv. Was zählt, sind Fortbildungen und bessere Arbeitsbedingungen. Ein neues Strategiepapier gegen den Fachkräftemangel steht kurz vor der Vollendung, wobei eine kooperative Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Trägern im Fokus steht. Die hessenweit kräftigste zusätzliche Steuerbelastung müssen die Bürgerinnen und Bürger in Seeheim-Jugendheim verkraften. Laut einer Analyse des Bundes der Steuerzahler Hessen haben in diesem Jahr 63 von 421 hessischen Städten und Gemeinden mindestens eine der Grundsteuern oder die Gewerbesteuer erhöht. Die Grundsteuer B, die sowohl Mieter als auch Eigentümer treffe, sei auch 2023 erneut die Nummer 1 der kommunalen Steuerschrauben, teilt der Bund der Steuerzahler Hessen mit. Insgesamt 55 Städte und Gemeinden haben in diesem Jahr eine Anhebung beschlossen. 26 Kommunen steigerten die Belastung gleich um 100 Punkte oder mehr. Dadurch kletterte der durchschnittliche Hebesatz von 495 auf 509 Prozent. In Seeheim-Jugendheim wurde der Hebesatz um rund 350 Punkte erhöht. Wie sich die Belastung durch die Grundsteuer B in den einzelnen Städten und Gemeinden im Zuge der Grundsteuerreform ab 2025 entwickelt, sei derzeit noch nicht absehbar. Blitzrekord im Rhein-Main-Gebiet, am 16. August zuckte es 25.289 Mal, der höchste Wert seit zehn Jahren. Das bestätigt die Siemens AG mit ihrem Blitzortungssystem Blitz, das europaweit 155 Messstationen nutzt. Hessens Blitz-Champion 2022 ist der Odenwaldkreis mit 608 Einschlägen, gefolgt vom Kreis Bergstraße mit 497 und Darmstadt mit 107. Meteorologisch sei der Odenwald nicht prädestiniert für Blitze, erklärt Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst. Der Odenwaldkreis wird als minimal auffällig eingestuft. Konkrete Schäden, die zu größeren Feuerwehreinsätzen geführt hätten, seien nicht bekannt, dennoch sei die Region gut vorbereitet. Für die Bevölkerung gelte es, die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz vor Blitzschlag zu beachten. Die Frage des Tages, macht Werbung für Süßigkeiten unsere Kinder dick? Bundesernährungsminister Cem Özdemir, Grüne, ist alarmiert. Fast jedes sechste Kind in Deutschland ist übergewichtig oder sogar fettleibig. Als Antwort darauf hat Özdemir das Kinderlebensmittelwerbungsgesetz, kurz KLWG, vorgeschlagen. Seine Idee, ein Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel wie Schokoriegel, Chips und Cola, insbesondere in der Nähe von Kindern. Doch diese Initiative wird kontrovers diskutiert. Während viele die Maßnahme unterstützen, gibt es auch Kritiker, die argumentieren, das Gesetz gehe zu weit und komme einem generellen Werbeverbot für Lebensmittel gleich. Die Debatte ist in vollem Gange und auch innerhalb der Ampelkoalition gibt es Meinungsverschiedenheiten. Wegen der schweren Brände nahe der Hafenstadt Alexandropolis erhält Griechenland erneut Hilfe anderer europäischer Länder. Um die Brände zu bekämpfen, sei weitere Hilfe auf dem Weg, postete am Dienstagmorgen EU-Kommissar Janitz Lenacic, der für Krisenmanagement zuständige EU-Kommissar, auf der Online-Plattform X zusätzlich zu zwei Löschflugzeugen aus Zypern und Feuerwehrleuten aus Rumänien sind fünf weitere Flugzeuge und ein Hubschrauber sowie zusätzliche Feuerwehrleute auf dem Weg, schrieb er. Die Hilfe kommt demnach aus Deutschland, Kroatien, Schweden und Tschechien. Zwei der Löschflugzeuge seien aus Deutschland angekündigt, sagte ein Sprecher der griechischen Feuerwehr dem Staatssender ERT. Die Hilfe erfolgt im Rahmen des Katastrophenschutzmechanismus der Europäischen Union, den Athen in diesem Jahr bereits für andere Großbrände angefragt und erhalten hatte. In Griechenland toben seit Tagen an unterschiedlichen Stellen im Land gewaltige Wald- und Buschbrände. Vor allem die Stadt Alexandropolis und der Nationalpark Dadia im Nordosten des Landes sind betroffen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de Gude Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo-online und mittelhessen.de Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VAM Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vam.de Gudau geht an linie Gude Südhessen Anwälsch Gude Südhessen